Sie lebt noch, sie lebt noch, stirbt nicht. Und wir haben wieder die Grass-Map-Musik, die Grassland-Musik. Was? Rasen. Ja, das Rasenland. Die erste Map im Spiel. Asozial. Asozialiastra. Was? Asozialiastra. Ich mag Opel, die haben tolle Namen. Asozialiastra. Du fährst ja jetzt ein Opel. Und Rasenland auf Opel. Opel. Ich meine, okay, Opel ist nicht gerade für Grass, aber ist ein anderes Thema. Aber ich habe einen schönen Opel, du. Ja, einen wunderschönen Opel. Vor allem die Felgen sind geil. Bei 210 hat er das gegeben. Der wollte keinen Platz machen. Und dann bin ich doch mit fast 250 an dem vorbei. Ich habe gerade fast verstanden mit fast 150. 200. Mit fast 150. So, Herzen. Wer hat so ein kleines Auto? Skins habe ich nicht. Trails mache ich jetzt mal den. 300 Pferdchen. 300? 300 Pferde hat er. 300 Pferde passen da rein. Wow. Echt heftig. Wow. 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 Enable Sound and Music. Mordor. Wow. Ich kann hier mein Ding nicht einstellen. Wieso geht das nicht? Hä? Achso, da oben. Ich verstehe schon. Ey, die Möp heißt Mordor. Oh, die geile Mordor. Ich glaube, wir sollten fliehen, wir Narren. Fliehen. Warte, dann nehme ich doch einen passenden Hut für. So. Einen Zauberhut? Jo. Du könntest auch einen Zwergenhut nehmen oder so. Okay, Elfen tragen keine Hüte. Okay, tragen sie schon, aber ich glaube nicht, dass die hier im Spiel verwandt sind. Wir warten nur noch auf... Ah, okay, Sio ist fertig und wir warten nur noch auf Diggi. Ja, ich sehe mich noch nicht mal selber hier. Sehr geil. Soll ich dich einmal raus und wieder einladen? Ja, nee, ja. Nee, nicht nochmal neu einladen, das lädt er wahrscheinlich noch. Ja, weiß ich ja nicht, wenn du sie noch nicht mal selber siehst. Genau, solange du dich nicht im Spiel siehst, wobei es noch schlimmer wäre, wenn du... Das ist aber bereits schlicken wahrscheinlich. Das hatte ich eben auch, ich habe mich nicht gesehen. Nee, bei ihm lädt es ja noch. Weiß ich ja nicht. Ach, Tudel. Jetzt. Ah. Let's go. Ja, frag mich doch. Auf durch die Minen von Mordor. Dankeschön. Dankeschön für den... Schubser. Was auch immer. Schubser, genau. Oh, ich möchte auch so einen Regenbogen haben. Ja. Hm. Konnte nichts für. Wurde mir gegeben. Oh, ja. Hab ich nur hier keine Musik oder ja? Nein, die Musik kommt gleich noch. Interessant. Ah, das ist so eine Art... Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Alles gut bei dir? Nein, das gibt's doch nicht hier. Briefall. Aber achte mal auf die Hintergrundmusik. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja. Ist doch geil, oder? Ich höre was. Ich kann sie nicht wirklich zuordnen, aber es liegt darin... Herr der Ringe. Herr der Ringe. Ja, ich weiß, dass das klar ist, aber ich wüsste nicht... Die Musik von Isengard. Äh, wo... Genau. Wo die sich alle da bewaffnen, die Orks. Ist schon alle drin? Ja. Die Mord... Oh, das ist... Alter, das ist... Oh, wie geil. Ist die Schlacht der Fähre, fällt mir gerade so auf. Ne, das ist... Helmsklamm. Helmsklamm ist das. Helmsklamm? Wieso heißt das der Mordor? Ach, egal. Minispiel? Hä? Shoot der Urukai. Okay. It's Grand One Score. Und jetzt... Müsst ihr auf die Urukais da gleich schießen. Boink. Das ist cool. Boink. Hab ich denn jetzt nicht gesch... Also warte, wir müssen die abschießen, die auf uns zulaufen. Ja. Ich dachte, wir müssen die da hinten abschießen. Nein. Äh... Wieso krieg ich Minus denn? Das ist ja geil. Das sind deine Pluspunkte dann quasi. Gar nicht mal so einfach. Aber wieso sind die Minus angezeigt? Weil das da... Wenn du jetzt in den nächsten Runden dann halt Fehlschläger hast, die werden nicht mitgerechnet. Die werden dann rauf... Ach so. Das wird dann anders gezählt. Deswegen Minus 6, Minus 3. Je mehr du triffst, desto mehr hast du dann frei. Okay. Hätte ich wohl anders machen sollen. Okay. Also Eidaria, die Web ist wirklich geil. Ey. Wieso? Ich hab mich doch gerade begrüßt. Die ist ultrageil. Das sagt wirklich was. Also ist schon was anderes. Wie du sagtest. Sorry. Das war das. Das war ich. Sorry. Okay. Hui. Ach, Menno. Wir müssen die Zugmauer klimmen, wie es mir scheint. Ja, aber... Ist ein bisschen schwer. Nein. Ja. 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 Ich will da hoch. Da. Aber ich sag so, dass... Jetzt sind mal Maps dabei. Komm, 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 komm. Wieso? Das ist unfair. Wie soll man da hochkommen? Ich war schon um mich, wenn du am Loch vorbei. Hä? Wie? Echt jetzt? Wie soll man da hochkommen? Kann ich langsam reingehen? Doch, wenn du kurz davor stehst. Ja. Ja, aber... Ja, ich weiß, man kann das, aber... Also, ich hab's vorhin auch geschafft, wo ich das einmal kurz angetestet habe. Aha! Du kennst die Maps! Nein, ich kenne nur... Oh, jetzt kommt's raus. Ah, gosh. Meine Güte, ich kenn's nur bis zu diesem Loch. Really? Weil ich wissen wollte, ob die Map funktioniert, ob die überhaupt brauchbar ist. Alle anderen Maps kenne ich ja nicht. Okay, aber es ist doch so ein bisschen tricky. Ja, ich weiß nicht, wie man's machen soll, vor allen Dingen. Hä? Ja, ich glaub, es ist ein bisschen Glück, weil... Dass du nicht halt an den Sprossen irgendwie hängen bleibst oder... Ja, das ist das Problem, die Sprossen. Ja! Na, komm schon! Die Idee ist cool, aber das ist einfach nur eine schlechte Umsetzung. Ah, ich probier mal was. Warte, ich gewinne. Oh, oh. Oh, oh. Wenn er sagt, er probiert was. Ja, im Moment rolle ich hier gerade eine Runde. Aha, ich bin schon raus. Frisch ist das, kenne ich. Mit dem Rollen. Rolling, rollen, 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 rollen. Das geht überhaupt nicht. Okay. Okay, ich glaube, wir werden alle hier ziemlich... Obwohl, Adaria? Nee, ich hab grad versucht mal mit springen. Aber, äh, ja, ich bin dann woanders... Ich bin nach hinten wegge... ...dingselt. Ich glaub, wir werden alle hier... Vielleicht schaffen wir die ganze Zeit auf der Erde zurück. Wenn wir das schwer hatten... Lass wir... Herr Riborin, ich find's interessant, dass die Urukai ähm Grabsteine sind. Ja, ja, gut, anders haben sie's wahrscheinlich. Ja, ich weiß aber. Aber... Ui, und immer noch, ey. Das ist ne geile Idee. Es ist ne coole Idee, aber dieses Loch, äh, gehört nicht dazu. Also, ich... Ich weiß nicht, wie dir das geprägt ist. Wenn ich fertig bin mit Rollen, dann ist die Zeit um. Ja. Du rollst immer noch. Rollen, 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 ah. Keep rollen, 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 ah. Oh, jetzt aber. Und du bist raus. Ja, klar. Ich auch. Und sie schafft es. Ja, klar. Ich bin... Oder auch nicht. Na? Nein. Wir haben alle nicht geschafft. Ich bin aber wenigstens noch nach oben gekommen. Ja, aber da hast du's auch nicht geschafft, weil du auf der... Ja, aber ich hab's doch trotzdem noch nach oben geschafft. Ah, wir müssen hier hin. Oh, das ist nett. Es ist immerhin noch ein... Kleiner Erfolg. Okay, was ist die... Drei? Wohin sollen wir? Ach so. Ah, wir werden reinkatapultiert. Hole in one, yay. Das, äh, ja. Wohin wurdest du katapultiert. Ich wurde aus der Map katapultiert, weil ich nicht gereiht habe, dass man da... Ne? Liegen bleibt was. Wenn ihr in diesen, äh... Wenn ihr hier seid, müsst ihr jetzt warten. Genau. Ihr beiden. Dann werdet ihr, glaub ich, katapultiert. Und bang. Nein. Das war ja einfach. Du musst in die Mitte gehen. Du musst, äh, nicht da sondern... In die Mitte. In die Mitte. Zwischen die Spalte, zwischen die... Nicht in die Spalte. Ne große Müff in die Spalte. Oder so. Ne, geht nicht. Ne, geht nicht. Du musst in die kleine Spalte zwischen den, äh, zwischen der Rampe. Ah. Komm, mach's in die kleine Spalte, siehst du's? Mach's in die... Das hört sich seltsam an. Ja, genau. Genau. Genau da. Und gleich, wenn du da oben bist... Gleich musst du warten. Achso liegen bleiben. Nichts machen. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Jo, fast so gut wie wir. Richtig geil, ne? Richtig geil. Äh, die schon... Hat schon was. Achso. Ist halt eine Herausforderung. Nein! Nein! Wieso, das ist unfair. Natürlich, hat er mal wieder ein Hole in Four. Natürlich. Ein Hole in Four. Hole in One. Natürlich. Ja, natürlich. Du bist ja auch ein Cheater. Oh, Mann, bitte. Wir sind ab 18. Kinder hier nicht schreiten, sonst nehme ich euch das Spielzeug weg. Nein! Nicht mein Schwert. Ich will Gandalf sein. Nein! Ich will Gandalf sein. Okay, das ist interessant. Und die Frage ist, wo wir hin müssen. Ähm... Die... Ja, die Frage stelle ich mir auch gerade. Ich mach mal was. Müssen wir hier runter? Ja. Oder was? Ja, wir müssen da runter. Ich sehe schon. Ah, ja. Hole in One. Hole in One. Hole in Two. Hole in Two. Hole in One. Hole in One. Hole in Two. Hole in One. Hole in One. Och, jetzt sprach mit. Nein, nicht in die Richtung. Ziggy, nicht in die Richtung. Ach, nicht in die Richtung. Du musst zu den Klappen da. Independent incents多 lang. Der Lani sagt was anderes. Meg Lani sagt was anderes. Und da musst du da runter. Wenn die Klappen nicht öffnen. Wenn die Klappen sich geöffnet haben. Okay. Ja. Ah! Und jetzt daneben! Nein! Wegen die wird Helmsklamm noch erobert. Oder Helmsdieb, wie ist denn gescheit? Wirf nur den Ring ins Feuer! Wir haben aber keinen Ring. Lieber den Golfball. Wirf doch den Golfball in den Ring. Ne, warte was. Noch besser. Ja, 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 ja! Yes, yes, yes! One and One! Nein, ach! One and One, aber... Condor! Ah, okay, das hält... Okay. Das ist ja eigentlich so nicht... Nicht Condor. Und ich hab's auch geschafft. Hole in Three! Hole in Gondor! Hole in Gondor! Helmsklamm schafft. In Gondi. Fahr ein bisschen nach da hinten, wie ich sehe. Ah, ja! Durch das Abwasssoro oder was auch immer sein soll. Oh, habt ihr den Pfeiler grad gesehen? Jo! Das war cool. Nein! Wee! Buddy! Yay! Buddy! Ich hab das Ganze erstmal gesprengt. Alter, da ist ja jetzt echt ein Loch drin. Frisches vom Fass ist da. Hier ist der gute alte High Fanatics. Die... Whatever. Whatever his name is. Nein, wir sprechen. Who is his name? Frisches! Ich glaube, du musst... Hä? Die Mauer wurde gesprungen. Warum bist du denn da hinten jetzt? Keine Ahnung! Weil er aus der Map gefa... Map? Aus der Map? Ja, aber das ist trotzdem nicht richtig. Ja, stimmt aber. Jetzt schaffst du's! Yes! He did it! He did it! Das ist aber eng da oben. Ja! Okay, das wird interessant. Okay, wir haben das... Wir müssen über die... Wir müssen hier rüber. Ähm... Okay, okay! Wette... Ich... Ja, genau. Yeah, ich hab's geschafft. Ich bin drüben. Und jetzt bin ich drinnen. Nein, 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 nein! Jajajajajajaja! Die Map gefällt mir wirklich. Ich sag doch, dieses ist geil! Mhmm. Nei! Wobei der Name Mordor ein bisschen verwirrend ist. Nein, 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 das war nur Sound of Mordor. Ach so. Die Map... Der Map-Name? Der Map-Name ist Helms Dieb. Okay, da macht es Sinn. Ah, nice. Ich habe mich schon gefragt, wieso heißt das Mordor, wenn wir nur in Helms Klamm unterwegs sind? Wenn du dein Scoreboard, also den Tabulator drückst, dann steht das da unter. Uh, Scoreboard, das ist gar nicht gut. Scoreboard ist scheiße. Komm schon, Digi. Ja, du hast es geschafft. Also noch nicht ganz, ganz, aber du bist drüben da auch nicht hinaus. Ey, he did it. Der schwarze Kammerball. Ich meine, das eine Loch war wirklich einfach nur dämlich. Das stimmt. Und er to reload. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ist da das Loch? Ich weiß es nicht. Also ich sehe da hinten ein Loch. Oder müssen wir jetzt einfach die abschießen wieder? Ja. Okay, wir müssen die wieder abschießen, Leute. Okay. Oh! Nein! So. Uh, gar nicht mehr so einfach. Nee. Nee. Oder müssen wir woanders hin? Nee, nee, wir müssen die Dinger abschießen. Aber wie, okay, jetzt können wir. Los! Das war aber schlecht. Ich habe nur einen getroffen. Mach nur ein paar. Ach, ein paar. Ein paar ist doch ganz nett. Nee. Wo müssen wir hier lang? Da liegen, du Arsch! Okay, ich schätze mal nicht, dass wir da lang müssen. Alter, du hast die Maps doch schon mal gezockt, ey. Nein, ich habe die nicht gezockt. Hallo! Ich war einfach nur... Hallo! Hallo! Hallo, Parcour! Hallo! Hallo, Parcour! Hallo! Sag mal, setz du mich doch mal zurück hier? Ach, geschafft! Ich bin oben. Hallo! Ach, hier rollt er! So, geschafft! Ich wundere mich die ganze Zeit. Ja, wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Äh, das sieht aus, als wenn dein Ball pupst, Frösches. Ja, ich glaube, das soll so ein Zauberspruch sein. Er pupst. Der pupst, ja. Ja, ich dachte eben nur so aus weiter Pferde, so. Scheiße, der pupst dir. Frösches, wie viel Bohnen hatte dein Ball heute schon? Nein, bleib da liegen, du! Oh, Gott, nein! Du müsst... Ihr müsst... Ich weiß. Sie müssen wissen, wo sie hinmüssen. Ja. Es ist nur aus der Position nicht einfach. Ja. Wie viel hast du eigentlich denn? Ich hab's in zwei geschafft. Nice. Schleck mich fett, warum lieg ich denn jetzt? Ich würde dich lieber nicht schlecken. Ach doch, mit ein bisschen Sahne und ein bisschen Schokosauce. Okay, bitte. Ich behalte deine seltsamen Dinge für dich. Frösches vom Fass außerhalb seiner Streiche. Ja, der Streiche. Ich versetze Strokes immer mit Streichen. Frag mich nicht, wieso. Wieso? Na ja, weil das die Übersetzung ist. Deswegen. Obwohl es Schläge, so. Jetzt hab ich's. Ja, da bin ich übergeflogen. Na ja. Wer ist nah? Ich guck dir jetzt. Alter, Sio, du bist vor mir. Ja. Aber das wird, glaube ich, nicht lange dauern. Ich glaube, ich auch nicht. Aber wir werden oft sehen. Jetzt sagt er. Oh. Ah. Das ist interessant. Äh, weh. Juhu, ich bin auch rüber gesprungen. Nein. Ah. Wer war das? Oh Gott. So, jetzt werden ich hier auch rüber gesprungen. Und leider ist es nicht cheat, wenn du es anmachst. Hä? Ich hab sogar nichts gesagt. Du sagst immer, dass es cheat, wenn man... Es ist es ja auch, weil man ja nicht den normalen Weg geht. Ja, aber dann mach es nicht an, wenn du nicht willst, dass wir es verbinden. Dann habt ihr es gesehen. Ja. Es geht ja nicht darum. Es geht irgendwas ganz anderes. Okay, das wird witzig, wie ich sehe. Ja. Hui! Wo müssen wir hin? Äh, bitte sag mir nicht, dass wir dann das Abflussro… Ah, ich verstehe. Doch, ich glaube schon. Das wird witzig. Das schafft. Ach. Ich glaube, ich verstehe auch. Ich glaube, ich verstehe auch. Warte kurz, was? Oder müssen wir einfach nur... No, 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 no. Nein, oh Gott. Wo müssen wir denn hin? Auf die Brücke. Ja. Ja, ich weiß aber, welche Brücke und wo? Nach links. Links oben Brücke. Ach, die Brücke. Jetzt verstehe ich. Ist so ein bisschen schwer zu erklären, wenn man es nicht sieht. Wir müssen nach der... Ah, wir müssen das Ding benutzen. Na komm, na komm, na komm. Nein. Knapp. Also knapper geht's für nicht mehr. Ich glaube, ich brauche hier wirklich... Ich brauche mal ein bisschen extra Boost. Schlägergeschwindigkeit. Ja, geschafft. Ich habe mal meine Schlägergeschwindigkeit erhöht. Das geht? Ja. Ah, geschafft. Oh, ähm, oh. Hi, Diggi. Das war ein bisschen was hinaus. Ich habe doch 15 gemacht. Also, falls das jemand... Falls jemand Hilfe braucht, ich habe doch 15 gemacht. Dann mache ich wieder auf 10. Wie geht das? Äh, in den Optionen. Wo sind denn hier Optionen? Escape. Escape Option. Und dann machst du auf 15, dann müsste es klappen. Dann ist Schlägergeschwindigkeit. Genau. Na jetzt... Echt? So was geht? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, jetzt weißt du es. Wow! Okay, das war... Also, ich habe auf 18 gemacht und habe es geschafft. Ich will das nur mal anmerken. Also, ich habe es auf 10 und habe es geschafft. 15, 14. Alter! Ich habe es aber immer auf 10. Was war das denn? War sinnvoll, aber... Wow! Irgendwie habe ich es nicht mit meiner Maus hinbekommen. Das ist ja voll entschieden, Alter! Hohoho! Naja, der ist nicht immer hilfreich. Nee. Meistens ist sogar eher weniger hilfreich. Ja. Deswegen habe ich es ja auch bei mir immer auf 10. Ja, macht Sinn. Okay, jetzt ist er auch drinnen. Komm, komm! Nein! Noch liegt er davor. Okay, jetzt ist er drinnen. Jetzt lass ich mal da drauf. Das ist ja mega geil. Wie du willst, aber das wird dir nicht wirklich... Das wird dir in vielen Maps nicht wirklich helfen. Nope. Oh, nein. Okay. Ach, komm schon. Wow! Ey! Oh, danke! Nee, danke, war doch gut! Danke, ihr habt keinen Schlaf verbraucht. Ey! Ui! Das ist ja mega schießen! Wow! Ich komme gar nicht mehr zurecht. Ui! Ui! Juhu! Elbertros! Ja, komm schon. Wow! Ich glaube, Fuschus hat jetzt nur noch Spaß daran, harte Schläge zu machen. Ja, scheiß auf Gewinnen, das ist ja mega geil! Jetzt habe ich es auch in den blöden Ball geschafft. Ich habe drei Schläge gebraucht. Oh, der Ball bringt mich nach oben. Dank Diggi habe ich drei Schläge gebraucht. Der Ball bringt mich nach oben? Toll! Super! Ja, weil du mich angeschubst hast. Hättest du das nicht gemacht, dann hätte ich auch länger gebraucht. Der Kuh bringt mich nach oben, ja. Scheiße! Leute, das war aber gar kein guter Tipp, ey! Wie gesagt, ich habe es dir gesagt, dass es dir in vielen Situationen hilft. Ja, er freut sich, jetzt hat er seinen Spaß. Jetzt hat er noch mehr Spaß als vorher. Du Pupsen, du Feuerpupsener. Gorleff Ball. Gorleff. Du Gorleff. Gorleff der Graue. Gorleff. Das ist ein Eimer. Ne, das soll ein Bierkrug sein. Alter, ich bin voll im Eimer. Ja. Und du bist aber voll im Dingensgelöde. Ja, geil. Guck mal, war ich der letzte, ne? No, nix. Okay, die letzten vier, ähm, vier. Okay. Was sind das für Sprünge, ey? Okay, das war definitiv zu viel. Jetzt aber. Nein, 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 bleib da oben. Oh, leck mich. Nein, bleib nicht da oben. Nee, das geht nicht mit dieser Kraft. Sag ich doch. Mit dieser Kraft. Mit dieser Kraft in dir. Nein. Nein, 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 nein. Warum bin ich gesprungen? Und hast du im Hintergrund gerade irgendwie einen Song? Ja, das war ein Dialog. Saruman. Von Herr der Ringe. Nur auf Englisch. Ja, die Shown of Pers. Nicht Saruman, sondern Gandalf. Ah, war das die Szene? Ja, die Shown of Pers hat er gesagt. Wieso kommt das hier? Das ist doch voll Fernplätze hier. So, ich muss das wieder zurückfinden. Naja, wir sind in einem verrammelten Raum, also. Nein, nein, nein. Das stimmt nicht. Könnte diese Grabstätte sein in Mordor. So, ich hab mal wieder... Uah! Aber wir sind ja immer Namesklamm. In der Grund war der Raum verrammelt. Also... Ja, aber wir sind ja nur... Das gilt ja hier nur für Helmsklamm. Alles gerade. Okay, wo müssen wir hin? Jetzt mal... Ich verstehe. Okay, Worte schnitzen. Ah, man muss ein bisschen warten. Okay. Ey, wer war das? Ah, wir müssen warten bis... Samba! Sorry! Wir waren da so blöd gerade! Wir waren da so blöd gerade! Ich! Mein Fehler! Jetzt liege ich hier völlig beschissen! Sorry Leute, ich fahr da mal ohne euch weiter. Ich fahr durch die ganzen Dinger da. Tut mir leid. Ich freu dich nicht, dass du fährst. Wir kommen alle nicht rein! Nee! Kommt sicherlich gleich wieder zurück. Sorry! Okay. Toll, ist die ganze Möp wieder zurück oder wie? Pippi! Ich muss mal Pippi! Ich muss mal Pippi! Ich muss mal Pippi! Ich muss mal Pippi! Dann mach das! Guck mal für dich rein! Nee, dann ist wieder alles so nass! Achso! Und geschafft! Und geschafft! Ja, wenn ich reinkomme! Sieht nicht ganz so toll aus, wenn man... Jetzt! Leider sieht man den Minenwagen nicht. Aber das ist eine coole Sache! Also, wenn man von außen zuschaut, sieht man den Minenwagen nicht. Da hoffentlich hinaus. Ich bin drin! Okay! Wir sind in den letzten... Nur Eini! Wie geil! Ich glaube, es gibt aber keine Szene, wo man mit einem Minen... Wo die Leute mit... Wo Frodo und Co. mit dem Minenwagen mit der Lore Urukais kaputt machen. Ja, das sollen ja auch Pferde darstellen. Aber die hatten hier, glaube ich, keine Pferde. Ja, das sind Pferde. Und gleich geht die Sonne auf und Gandalf kommt. Aber da bin ich doch schon... Da ist Gandalf! Da ist Gandalf! Stimmt! Stimmt! Digga! Nice! Gandalf ist da weiter! Wow! Alter, da stehen die Armeen! Das sieht ja geil aus! Die Armeen von... Wie heißen die nochmal? Isengard! Und Mordor! They take the... They take the Hobbit to Isengard! Oh Gott! Das kennst du auch! Ja! Guard! 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 Das ist lustig! Aber wir werden zu Gandalf jetzt gebracht! Giegel! Wir werden alle sterben! Wo muss ich jetzt? Aber wir werden runtergefallen! Nee! Wir werden runtergefallen, Digga! Und... Und... Und Birdie! Und Birdie! Ah! Das ist ganz normal! Daaaah! Der soll ich jetzt nehmen Gandalf! Daaaah! Der soll ich jetzt nehmen Gandalf! Gandalf steht eher aus wie ein Schneeball! Schneemann meine ich! Schneeballmann! 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 Digga! Möntarochen! Schweinebärmann! 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 Unbeerschwein! And... I hope you enjoyed Hamseep! I hope you enjoyed Hamseep! Ja! Next episode is Isengard! They take the Hobbit to Isengard! Sorry! Sehr geil! Ja, das war... Ich hab Bronze noch! Ich hab noch Bronze geholt! Danke, Digga! Müssen wir jetzt den... Hobbiten gibt's auch? Das ist cool! Hobbiten? Wie geil! Hobbingen! Ey, was müssen wir machen? Wir müssen zu diesen kleinen Dingern da! Ah! Buddy! So, ich bin Zweiler geworden! Das hätte ich nicht gedacht! Buddy! Ich bin sehr froh, dass Eidi diese Map ausgegeben hat! Eidaria! Eidaria! So, ja! EidariaLip! Ich bekomm zwar nichts, aber hey! Das war jetzt habe ich! Er war so, es war für mich! Das war jetzt! Aber und zwar... Ich bin sehr froh, es war für mich!